aus Nigeria All right Vater, hauche auf dein Wort heute Morgen in der Name of Jesus Christi bitte setzt euch All right Du musst nicht mal unbedingt allzu lange beten, dass Gott dich beantwortet Worum es geht, ist die Verbindung zwischen dem, der betet und dem zu dem gebetet wird Und dann geschehen Wunder All right We have a very short time, because today is Sunday and then I have to be I'll be rushing what I'm saying but I would like you to be attentive so that you catch what I have to say The topic I want to look at is prophetic partnership with God The book of Revelation 19, verse 10 says that the testimony of Jesus Christ is the spirit of prophecy So the foundation of everything prophecy is the testimony of Jesus Christ And the Bible says they overcame him by the word of their testimonies Durch das Wort des Zeugnisses Und das Blut des Lammes I'll begin by introducing to you that Jesus, God in his beginning in the beginning from the Ammonition had a program for the world Und ich möchte euch Ich möchte damit anfangen, dass ich euch zeige dass Gott am Anfang als er aussprach hat er ein Programm für die Welt Von Anfang an When God said Let us create Let us make the universe The Bible said God created the heavens and earth Am Anfang im ersten Mose 1 als Gott die Welt erschuf als er das ganze Universum erschuf wie auch den Himmel und Erde In Vers 26 of the Genesis the Bible said He says Come, let us make mine own image Und dann im Vers 26 im selben Kapitel sagt er Lasst uns Menschen machen die uns gleich sind in unserem Ebenbild Und dann hat er dieses sogenannte Manifesto erklärt dass der Mensch die Herrschaft übernehmen soll Und das Wort Dominion hat die same etymological root oder das Wort Kingdom Und das Wort Herrschaft hat Zusammenhang wenn man die Etymologie anschaut mit dem Wort Königreich Ich werde es schnell versuchen so zu erklären dass Sie es verstehen können Gott wohnt im Himmel Aber in seiner Größe ist er da um seine Kolonien zu auszubreiten auf der Erde So wie England was occupying UK was occupying a territory called United Kingdom So wie England das sogenannte Vereinigte Königreich besetzt hat Und die Franzosen Frankreich besetzt haben Und viele Jahre später waren sie gewachsen hatten das Gefühl wir wollten uns noch weiter ausbreiten Die Franzosen sind nach Kamerun gegangen sind in die Elfenbeinküsse gegangen und die Engländer sind zum Beispiel nach Nigeria gegangen Und der Anzug den ich trage ist keine Baumwolle aus Nigeria sondern Englisch Die Kleidung von Apostel John Sego ist nicht aus Nigeria sondern Englisch Auch das Kleidungsstück von meiner Übersetzung sieht aus wie es Nigerianisch wäre Sind wir zusammen hier Und seit ich hier hingekommen bin habe ich mehr als dreimal Kaffee getrunken der ist nicht aus Nigeria Ich habe Kaffee getrunken Auch im Osten Mitten in der heissen Sonne Es kamen Leute aus einem Königreich nach Nigeria haben dort ihre Kultur mitgebracht und ihr Königreich dort aufgebaut Und Gott in seiner Weisheit hat sich entschieden dass er sein Königreich wie eine Kolonie machen würde auf der Erde und er braucht dafür einen Fürsten der an seiner Stadt auf der Oberfläche der Erde regieren würde Und so sagt er wir wollen Menschen machen die uns gleich sind die uns ähnlich sind Und im ersten Mose 1 Vers 28 heißt es der Herr segne sie und das Wort segnen bedeutet dass Gott sie ausgestattet hat und ihnen Macht gegeben hat und gesagt er seid fruchtbar Er sagte nicht seid dreifach sondern hat nicht gesagt sie sollen Baumfach sein sondern fruchtbar Das heißt jeder ist ein Baum der eine bestimmte Frucht tragen soll Und so hat Gott sich entschieden oder er wünscht sich dass du Frucht trafst auf dieser Welt Und er sagt mit eurer Frucht füllst die Erde unterwerft die Erde und dann nehmt die Herrschaft ein Das ist der Mensch den er gemacht hat Ganz schnell ich möchte da keine Zeit verstanden der Mensch fing an Herrschaft einzunehmen aber Satan hat den Menschen betrogen und die Herrschaft vom Mann an sich gerissen Nun nicht mehr Adam sondern Satan der Fürst dieser Welt genannt wird Und deshalb siehst du in der ganzen Bibel nirgendwo dass Satan mit jemandem spricht weil niemand ihm bleibt ist Der einzige Mensch mit dem er sprechen konnte war Adam weil Adam an der Stelle von Gott war Und als er Adam getäuscht betrogen hatte hat er den Platz von Adam eingenommen und Adam seinen Platz gegeben Und so wurde Adam zum Diener und Satan zum Fürsten Habt ihr das nachvollziehen können? Und darum auch als Moses starb Michael konnte Michael Satan nicht besiegen Weil Michael der ein Diener ist konnte nicht einen Fürsten besiegen Aber in der Nacht Jesus Christ was about to die Aber in der Nacht als Jesus Christus sterben würde sagte er Der Fürst dieser Welt kommt und in mir findet er nichts Das heißt es war die Nacht wo das was durch Adam verloren gegangen wurde zurückgeworfen wurde Und er sagt in dieser Nacht wird der Fürst dieser Welt verurteilt Und so ging er ans Kreuz Und in dem Moment wo er am Kreuz starb und sein Blut droppt und sein Blut an den Boden troffte Da ist in der Bibel festgehalten Michael und die Engel im Himmel schwung into action Der selbe Michael der den Teufel nicht aufhalten musste jetzt gegen den Kämpfer Auf welchem Boden er hat ihn durch das Blut des Flammes überwunden und das Wort ihres Zeugnisses Folg dir was ich sage Und so hat Jesus durch sein Blut erlöst also zurückgekauft Humanität Natur die Natur alles Und der einzige Preis den es zu bezahlen gab war sein Blut durch sein Blut hat er wieder zurückgekauft Die Bibel sagt in whom we have redemption through his blood even the forgiveness of our sins Die Bibel sagt in ihm haben wir die Erlösung durch das Blut auch die Vergebung unserer Sünden Aus Zeitgründen werde ich noch etwas überspringen Also als Christus wieder als Christus gestorben ist und alles wieder hergestellt hat in Markus 16 Vers 15 folgende Mark 15 I say 16 Vers 15 down und Jesus kam when he must have risen from the dead kam er um das wiederherzustellen was weggenommen wurde was Gott ursprünglich hergestellt hatte aber verloren gegangen war und er sagte seinen Jüngern die die er erwählt hatte zuverhältnissen zufälligerweise durch ein Privileg gehörst du zu denen er hat ihnen einen einzigen Auftrag gegeben nicht zwei Aufträge einen einzigen Auftrag nicht drei Aufträge nur einen Auftrag auch nicht 20 Aufträge und dieser Auftrag war nicht Häuser zu bauen dieser Auftrag war nur einer nämlich er sprach zu ihnen geht hin in alle Welt und verkündet das Evangelium der ganzen Schöpfung er sagte nicht jedem Menschen er sagte der ganzen Schöpfung das heißt alles in der Schöpfung ist eine intelligente Einheit und hat die Fähigkeit zu hören aber nur die Stimme der Söhne Gottes es gibt einen Sensor in allem was du siehst selbst dieser Lautsprecher der die Stimme von gewissen Menschen hört und darum konnte Jesus Christus dem Wind befehlen und die Bibel sagt er wies den Wind zurecht er befahl dem Sturm und er hat ihn gehört und wurde still und die Menschen fragt was für ein Mensch ist das andere sagten er muss ein Sohn Gottes sein meine lieben Brüder was für eine Liebe ist das dass Gott seine Liebe uns ausgegossen hat und uns in seinen Festzahl gebracht hat dass wir alle die Söhne Gottes genannt werden dass wir alle Kinder genannt werden des Schöpfers von Himmel und Erde wir haben nur einen Auftrag nämlich ihm noch mehr Kinder zu schenken die Gemeinde in der Schweiz existiert um zu einem Licht zu werden für die Schweiz denn du bist das Licht der Welt du bist das Salz der Erde das Licht verjagt die Dunkelheit und Salz erhellt die Gesellschaft wegen nur Abraham Gott would have preserved Sodom und Gomorra hätte Gott Sodom und Gomorra bewahrt wenn er nur 5 Gerechte gefunden hätte wir sind mehr als 5 hier und wir sind dazu bestimmt zu bewahren die Schweiz zu bewahren Deutschland Österreich egal woher du warst und noch mehr wir sind dazu bestimmt auszuweiten auszubreiten das Königreich Gottes überall um uns das heißt egal wo du lebst da bist du gepflanzt als Botschafter des Königreichs um das Reich auszuweiten überall wo du gebet einnimmst und das heißt keine Hexe und kein Zauberer kann in deiner Nähe leben und wenn du in der Nacht in Zungen beten gehst dann flieht jeder Dämon sagt mal ich bin das Licht vergründet der ganzen Schöpfung Vers 16 er wer glaubt und getauft wird wird gerettet werden zwei Arten von Taufe das eine ist die Wassertaufe und das zweite ist die Taufe den Heiligen Geist sehr wichtig die Wassertaufe macht dich als Mitglied des Leibes Christi auf Erden aber die Heilige Geist macht dich zu einem Teilhaber im himmlischen Jerusalem folg dir dem was ich sage es heißt wenn das getan ist dann wirst du errechtet werden doch der der nicht glaubt wird verdammt werden aber wie können sie es hören und wie können sie glauben sie können nur glauben wenn sie es von ihnen hören wie können sie es hören oder dass jemand sie zu ihnen hören wie kann es jemand verkündigen er muss ausgesendet werden gesegnet sind die Füße jener die die gute Nachricht bringen folg dir dem was ich sage wenn du da nicht mitmachst ich denke dann fehlt es Vers 17 auch wenn ich keine Zeit habe ich möchte trotzdem dass ihr das versteht in Vers 17 diese Zeiten werden denen folgen die glauben er hat kein Versprechen gegeben er hat einfach eine Beschreibung gemacht er hat die Tatsachen genannt ich weiß nicht ob er versteht was ich sagen will damit er hat da nicht etwas versprochen Apostel John Sego hat Bismarck und Mark geschickt dass sie mich am Flughafen abholen sie kannten mich nicht sie hat mich noch nie gesehen er hat mich beschrieben der Mann ist eher hell hat ein bisschen Gewicht nicht zu groß mittelgross er ist ein Reverend und er heisst so und so ich kannte sie auch nicht aber er sagte mir sie werden dich abholen im Glauben bin ich dann losgereist in Zürich gelandet meine Taschen abgeholt und als ich dann rauskam sah ich Leute die standen da die so geschaut haben hab gedacht hm das könnte der sein und dann haben sie ein Papier hochgehalten und dann sah ich meinen Namen da dann habe ich zu ihnen gezeigt und so haben sie mich abgeholt in Zürich und hier hingebracht was hier steht ist folgendes dass wenn du die siehst die an mich glauben dann kannst du schauen so wirst du sie erkennen nämlich wie wirst du erkennen dass sie die Söhne sind du wirst sehen dass sie Dämonen ausgleichen das ist nicht etwas für alle Gläubigen auch werden sie in neuen Zungen geredet sie werden Schlangen aufheben und wenn sie etwas Tödliches trinken wird es ihnen nichts scharren sie werden Kranken die Hände auflegen und sie werden sich wohlbefinden Vers 19 schau mal was das steht so dann nachdem er mit ihnen geredet hatte wurde er aufgenommen in den Himmel und setzte sich zur rechten Kaltes wohin bitte gib mir Antwort wo wenn es heißt der Himmel ist kein Ort dann sag ihnen das stimmt der Himmel ist da sagt da da ist der oben wo der Himmel auch ist er ist oben es ist nicht unten er wurde wo empfangen und was hat er getan im Himmel und was hat er getan im Himmel er hat sich gesetzt er hat sich gesetzt meine Brüder antwortet mir er der sich setzt macht er etwas er ruht sich aus ruht sich aus die Bibel sagt aber uns wurde ein Kind geboren ein Sohn wurde uns gegeben und die Herrschaft soll auf seinen Schultern liegen nicht auf seinem Kopf Jesus ist der Kopf das Haupt der Gemeinde aber die Gemeinde ist der Körper und die Regierung soll auf der Schulter sein nicht auf dem Haupt ich weiß nicht ob ihr das versteht die Herrschaft soll auf der Schulter sein nicht auf dem Haupt als er starb und wieder auferstand ging er zu Petrus und Jakobus die am Fischen waren erinnert ihr euch an die Geschichte die Bibel sagt als Johannes sie ihn sah ranter zu ihm erinnert ihr euch an die Geschichte erinnert ihr euch an die Geschichte erinnert ihr euch an die Geschichte in Johannes 20 oder 21 oder so die Bibel sagt Peter jumped into the river because he was naked dann er sagt er sagt ja Herr ich liebe dich er sagt ja Herr ich liebe dich dann sagt er nähre meine Schafe das ist alles was ich dir aufgetragen habe und Petrus sagte du weisst doch ich liebe dich und dann sagt er noch mal liebst du mich er sagte ja dann gib meinen Schafen zu essen New International Church darf ich euch fragen liebt ihr Jesus seid ihr sicher dass ihr Jesus liebt dann habt ihr einen Auftrag geht überall hin verkündet das Evangelium Feed my flock und nährt meine Schafe dann fragte er ein drittes Mal und Petrus fing an zu weinen in der griechischen Version he was saying to Peter Gapé daumi Gapé daumi Gapé daumi is a Greek word Gapé Peter hat es jetzt verstanden und fing an zu weinen und sagte Gapé daumi versteht ihr das dann sagt er weide meine Schafe und dann das dritte Mal als er dir das gesagt hat das wird dich jetzt schockieren wenn du das verstehst er sagte wenn ein Mensch ein Kind ist geht er überall hin wo er will aber wenn er alt wird kann er nicht mehr aussuchen wo er hingehen will er wird dahin gehen wo er hingebracht wird da wird er dann hingehen und so wurde der Tod beschrieben wie er sterben würde was sagte er hier als ich auf Erden war habe ich ausgesucht wo ich predigen wollte ich habe ausgewählt was ich tun wollte aber jetzt setze ich mich und jetzt ist es die Kirche die bestimmt das ist die Kirche die bestimmt was ich tun werde in der Gesellschaft und da wo ich hingebracht werde das wird bestimmen was ich tun kann let's read together Vers 20 Vers 20 er sitzt so im Himmel Maxi sagt let's go and they went out and preached everywhere the Lord walking with them confirming the words through the accompanying signs and the he is sitting down in heaven also sie gingen hinaus verkündigten überall und der Herr wirkte mit ihnen und beträftige das Wort Jesus setzte sich hin um Petrus und die anderen gingen zu verkündigen er kam im Himmel er ging aber immer noch mit ihnen versteht ihr das er setzte sich im Himmel hin aber Petrus und die anderen gingen zu kredigen und die Bibel sagt er die sich setzte ging mit ihnen er arbeitete mit ihnen und bestätigte ihre Worte mit Zeichen und Wundern wie macht er das? durch den Heiligen Geist er sagt es ist gut für euch dass ich gehe wenn ich nicht gehe kann der Heilige Geist nicht kommen aber wenn ich gehe dann werde ich euch den Tröster senden das heisst der Heilige Geist ist euch nicht gegeben einfach dass ihr in der Küche steht und kocht sondern damit ihr das Evangelium verkündet und das Königreich vorantreibt habt ihr das verstanden? 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 ok let me say a few things before I leave you now ich sag noch ein zwei Sachen bevor ich euch nun die Bibel sagt in Psalm 68 Vers 11 der Herr gab das Wort und groß war das Werk von denen die es verkündet haben das heisst die Botschaft die Gott uns gegeben hat ist das eine aber groß wird die Gesellschaft sein groß wird die Gesellschaft von denen die teil davon waren dass das Wort verkündet wurde Gott hat Apostel John Sego einen Auftrag gegeben und er kann das nicht alleine tun wenn er es alleine versucht dann sterbt er viel zu früh nicht weil Gott ihn töten wird sondern weil er sich selbst umbringen würde ein Mann der hieß Jothan Edward starb mit 58 als er starb hat er geweint Gott hat mir eine Botschaft gegeben er hat mir ein Haus gegeben ich habe das Pferd getötet und die Botschaft konnte ich nicht ausliefern wozu auch immer Gott einen Menschen beruft gibt er ihm eine Botschaft dass er die Botschaft in die ganze Welt bringt und diesen Menschen den Gott berufen hat diese Menschen nennen wir Apostel das Wort Apostel bedeutet Heu Apostole das heisst ein Mann der umkreist ist und ausgesandet wurde mit einer Botschaft wir sind nicht alle dazu berufen Apostel zu sein aber wir alle sind dazu berufen unseren Teil im Plan oder in der Aufgabe des Apostels zu spielen ist das verständlich es ist schöner das Bein eines Elefanten zu werden als der Kopf von einer Stechmücke habt ihr das gehört? sehr schön wer von euch hat verstanden was wir hier sagen? keiner ist dazu berufen in eine Kirche zu sitzen und nichts zu tun wer dem der da einfach in Zion sitzt es gibt etwas was du tun kannst Gott hat die Botschaft gegeben aber groß ist die Gesellschaft derer die sie verkündigen und wenn es ums Verkündigen geht das Veröffentlichen ist nicht die Arbeit von einfach einer Person ich habe jetzt nicht die Zeit euch zu erklären wie etwas veröffentlicht wird wenn du zum Beispiel ein Buch veröffentlicht wirst dann gibt es einen langen Ablauf ein Autor ein Verfasser der das gegenwiesst all das ganz viele Stadien bevor es gedruckt wird das macht nicht einer alleine 2. Chronik 16 Vers 9 2. Chronik 16 Vers 9 for the eyes of God are moving to and froh in who world looking for men somebody say I'm a man ask your neighbor are you a man? touch him say neighbor are you a man? now when I say man here I don't mean there are three definitions of men first of all is man in general sense Mensch als Mensch allgemein that is every human being on the flesh is called a man every flesh is called man mankind number 2 man as a gender definition which is the male the masculine counterpart of the female man that God created the man that the man that the man that the man that wears trousers and has a mustache the man the man the Hosen and has a mustache but there are many men on the trousers who are no man at all in the sight of God that was why Goliath was asking constantly is there any man in Israel let him come let me fight with him for 40 days no man could show up so there were men on trousers but there was no man in the land no man no man was there number 3 definition of man the third one is man in divine economy that is a man who has prepared himself ready to be used by God a man who is usable and available that is the kind of man God we are talking about here are we together here and when God finds that man he calls him a prophet that is what he calls him such a man is walking in line with divine purpose he calls him a prophet and there are several ways you can partner with God as a man or you can work with God in your journey in this earth I will summarize there number 1 you can partner with God by submitting yourself in the prayer group to truly pray for the movements of this man of God you may not be able to travel everywhere he goes with him but you can kneel down in your house and say to God bless the ministry of Apostle John Sego as you labor in prayer your prayer counts and we together here the second way you can partner with him you may not be a powerful preacher or healing minister but you can pull men from the city but you can people from the city remove fear from your eyes remove fear from your eyes remove fear every one of you has at least 15 people you can influence everybody are we together here at all or we say five at least bring them to the church bring these people in the church coming alone is a sin when you alone is a sin do you agree with me do you agree with me let me explain maybe you don't believe what I said I don't believe what I said the bible said that when Eliza said that tomorrow by this time the food will be available in the land there were four lepers you remember the four lepers in my personal story and revelation you may not see that in your office but that photo of four lepers where a man called Gehazi and his three children he left the lice and lepers you remember that when they moved into the camp of arameas and there was enough food the man said if we don't go to tell all that what we are enjoying it's a saying something if it may happen to us if you go ahead read it are you following what I said here just come in every Sunday come in and enjoy the prophecy but you have neighbors but you have neighbors who are dying you don't pull any you don't talk to any you don't talk to any you never get any attempts no enroll no that's a heart of wickedness do you know they went to tell the city you wouldn't believe this when they were going to tell the city that there was enough food that there was enough food a miracle happened in their lives how do you know sir where can you know sir Gehazi and his brethren became clean stuff in the process Gehazi and his brethren talking to the king da sehen dass Gehazi im Königspalast war und damit dem König sprach ein Aussätziger hätte nicht in den Palast kommen können wenn er von dem Aussatz gehalten wurde wann war das das war als er die gute Nachricht trug Matthew 28 verse 18 says all power has been given to me go into all the world preach to every creature I shall be with you to the end of the earth where we read as they were moving about he was confirming if you want to see me I could go preach und in der Bibel heisst es auch wenn ihr Wunder sehen wollt dann geht hin und predigt verkündigt Mann Gottes wo wir wieder born again many years ago vor vielen Jahren ich glaube Gott kann kranke heilen aber ich habe einen gelähmten gerufen wir sind hinter das Haus gegangen und haben dahinten für ihn gebetet und wollten schauen ob es funktioniert und dann den Leuten das sagen und wenn es nicht funktionieren würde dann wollen wir von dort wir da einfach uns wieder davon schleifen und alle Versuche die wir gemacht haben nicht einmal hat es funktioniert und einmal war ich an einer Evangelisationsveranstaltung und ich habe es verkündigt und gesagt wenn jemand krank ist hier komm ich will für euch beten es kamen Leute ich habe für sie gebetet und dann als sie gehen wollten hat der Heilige Geist zu mir gesprochen und ich habe ein Mädchen gerufen und gefragt was ist dein Problem sie war 16 Jahre alt und sie sagt das heisst sie war taubstummen und ich sagte ey Gott ich habe gefragt für wen ich beten soll aber nicht solche Leute so habe ich ihr meine Hand auf die Mädchen und gesagt okay du darfst wieder gehen und während sie aber ging habe ich gehört wie die Stimme Gottes mir sagte ich bin der der das Werk tut und nicht du nimm dich zurück und bete für dieses Mädchen und ich sage Gott was ist wenn sie nachher nicht spricht und er hat gesagt Gott hat mir gesagt du bist nicht derjenige Heil geh folge mir und mach deine Hausaufgaben und ich habe dir meine Hand auf ihre Ohren gelegt und ich sagte in Jesu Namen und ich sagte sag eins und sie sagte eins und ich sagte zwei und sie sagte zwei und ich sagte drei und sie sagte drei und ich sagte gibt es noch andere Kranke kommt kommt und ich wurde richtig mutig du kannst Gott nie beweisen bis du hingehst und das Evangelium verkündigst wenn du nicht weißt was du ihnen sagst dann sag ihnen kommt und schaut euch kommt und kommt mal zu meinen Pastoren kommt mal in meine Kirche und hört ihr eine gute Botschaft an und dann predigst du schon es gibt viele Arten und Weisen wie du mit diesem Mann Gottes in Partnerschaft treten kannst ich möchte euch noch einen letzten Punkt erwähnen und der letzte Punkt ist durch deine Finanzen wir nennen den dritten eine andere Art wie du mit Gott in einer Partnerschaft treten kannst in einem solchen Dienst Zeit Talent Treffer Tretees Auf Englisch drei T Zeit Talent Deine Gaben Treffer und der Schatz Versteht ihr das? Gib deine Zeit Vielleicht bist du ein Kameramann und mach das freiwillig aus einem Dienst den du machst das ist eine Partnerschaft du breitest seine Botschaften aus auf den sozialen Medien das ist auch eine Partnerschaft du bist ein freiwilliger Mitarbeiter du bezahlst deine Tickets und reist mit ihm mit auch da investierst du deine Zeit und deine Gaben kannst du auch investieren und arbeite für das Königreich auch das ist deine Partnerschaft und ganz wichtig dein Geld wir leben für nichts wenn nicht für das Evangelium Gott gibt dir Geld nicht für dich selbst sondern für das Evangelium wenn du es auf dich zurechtschneidest dann erfüllst du nicht den Zweck Gottes die Bestimmung Gottes und auch im Himmel wird Gott uns belohnen und in der Bibel heisst es dass die die Seelen gewinnen weise sind und die die Gerechtigkeit leben werden leuchten wie die Sterne am Himmel Sprüche 11.30 da steht eben dass die die Seelen gewinnen weise sind Daniel 12.3 und Daniel 12.3 die die Leute zur Gerechtigkeit aufrufen werden leuchten Sterne am Himmel ihr habt gehört was der Apostel gesagt hat was er für großartiges tun wird in Ghana ich selbst mache auch Evangelisationsveranstaltungen Konferenzen und ich weiß was das kostet und Geld braucht es für das Evangelium warte nicht dass jemand dich da reißen muss entscheide dich selbst und frage Gott was möchtest du dass ich tue und das was Gott auf dein Herz legt sag dem Mann Gottes oder sag es Gott nicht mal zu ihm Gott jeden Monat gebe ich 1000 Euro oder 100 Franken oder 50 Euro oder 10 Euro oder 1 Euro oder 5 Euro egal welchen Betrag aber das ist das wofür ich mich verpflichte um das Königreich Gottes voranzubringen und voranzutreiben ist das verständlich ich arbeite ich kann nicht mit ihm nach Indien reisen aber ich möchte dass die Indien auch erreicht werden das kann ich beitragen dieser Mann das weiß ich wenn er genug Geld hat dann wird er in den Städten von Europa riesige Veranstaltungen organisieren wenn du daran zweifelst such mal eine Kamera und leg ihm das ins Herz und dann schau und forsch danach was jetzt gerade in seinem Herz ist aber wenn die Ressourcen nicht da sind dafür dann arbeitet man halt einfach in den Grenzen des möglichen dieser Europäer hat so viel Arbeit oder so viele Werke in Afrika bezahlt wie viele von euch kennen Reinhard Bonke Reinhard Bonke x-mal ist er nach Afrika gekommen jemand aus Amerika hat ihm mindestens eine Million Dollar gegeben eine Million als Verpflichtung ich kenne jemanden Apostel John kennt den auch jemand hat ihn angerufen und gesagt er gibt ihm 11 Milliarden Naira gegeben sind vielleicht 15 Millionen Euro oder so und er hat das gesagt er gibt das Evangelium das ganze Geld das du verdienst und sammelst sparst egal wie viel du sparsst das wird einrosten wenn es nicht gebraucht wird für das Evangelium jetzt hör gut zu du lebst nicht für dich du lebst nicht für dich du lebst für andere ein Millionär ist nicht derjenige der Millionen Naira macht sondern der der Millionen von Leben beeinflussen konnte was wird dein Erbe sein das du hinterlässt im Himmel und auf Erden das Werk das du getan hast wirst du Königreich Gottes 1-2 Minuten werde ich nachher noch Zeit haben zu beten ich möchte noch etwas euch geben Lukas 12 Vers 19 Vers 17 ihr werdet das mögen Vers 17 das ist etwas was du erwählst das wird dir nicht aufgezwungen und durch die Leitung Führung des Heiligen Geistes durch Offenbarung Jesus Christ hört gut zu jetzt er kam zu ihm und sagte Meister und es kam jemand und sagte Meister sag meinem Vater er soll mir meinen Anteil geben im Besitz von meinem Vater und dann sagte Jesus wer hat mich zu einem Richter gemacht zwischen dir und deinem Bruder und dann sagte er Seid dir bewusst aller Art von Geiz oder von Gier und er definiert hier was es bedeutet und er sagte ein bestimmter reicher Mann hat Geld für sich ein reicher Mann wurde seine Firma er wurde in seinem Job Geld fliegt in seine Leben es gab da einen Reichen der ganz viel Geld verdient wurde befördert bei der Arbeit und er überlegte sich und sprach was soll ich denn tun ich habe nicht mal Platz um meine Früchte zu streichern das ist das was der Mann sagte und jetzt könnt ihr mir helfen etwas zu tun bevor ich gehe wenn ich wenn ich lese dann zählt das bitte für mich alles was ich auf den Mann zählt das bitte mit now let's go so now go back to verse 17 please verse 17 look at and he thought to himself saying what shall I since I have no room to store mine verse 18 so he said I we do this I we pull down mine and build greater and there I we store all mine crops and the mine the next one go back go down and I will say to mine soul have many goods let up for many years take your eats eat drink and be merry verse 20 let's go now but God said to him fool this night your soul will be required of you then whose will those things be which you have provided the preach so I can summarize also we have the Bible read and he wondered and he said to himself what shall I do do I have no room where I can have my fruits on and he said to him that will I do I will break my shoes and build and build everything what has grown and my goods and will to my soul say you have you have a great lot of many years but God said to him you in this night will man your soul from you for and we will hear what you have reitet hast in dieser Bibelstelle kam zehnmal das Wort ich oder mir vor elf mal wie viele mal war es elf und wie viele mal wurde Gott erwähnt das heisst Worte zu zählen ist nicht etwas Böses Wohlstand sich zu erlangen ist nicht etwas Schlechtes aber es ging alles immer nur ihn mich mein mir in griechisch es ist ego und em also alles dreht sich um ihn und Gott sagt du bist ein Tor jeder der ein Leben hier lebt dessen Geld nicht dem Vorwärtstreiben des Königreiches dient in in den Augen Gottes macht er nichts Gutes Gott nennt ihn einen Narre in Amerika gibt es Leute die vermachen ihre Kirche und sagen dann predigt mit meinem Haus verkauft mein Haus und braucht das Geld um das Königreich Gottes voranzubringen wie viele von euch können Rockefeller den Enginheur den Er hat sein ganzes Geld hingegeben und hat gesagt braucht das Geld um das Evangelium zu verkündigen er hatte irgendeinen Blutkrebs glaube ich Gott hat ihm noch viele Jahre gegeben um weiter noch zu leben bitte lebt nicht umsonst lebt für das Königreich Gottes bitte steht auf jeder von uns muss sich entscheiden wenn er betet auch jetzt gerade hier ist es möglich es ist etwas zwischen dir und Gott sage zu Gott das will ich von jetzt an tun abgesehen vom Zehnten um das Königreich voranzutreiben folgendes will ich tun jeden Monat oder jede Woche oder einfach jedes Mal und du kannst es für dich so definieren nimm dir eine Minute bete und bete das bete das frage ihn Herr was möchtest du dass ich das tue leg mir aufs Herz was ich tun soll und wenn ich nicht im Evangelium verwurzelt bin dann sprich nicht mit mir und wenn Gott dein Geld nicht bekommen soll dann hast du ein Problem sprich mit Gott Vater ich will mitmachen auf irgendeine Art führe leite mein Herz im Namen Jesu Christi das zweite Gebet das letzte sag das laut sprich mir nach Vater gieß deinen Geist frisch aus auf mein Leben jetzt im Namen Jesu Christi Amen Amen jetzt halte deine Nachbarn auf der rechten und auf der linken Seite nimm ihn an der Hand in einer Sekunde sind wir fertig oder vielleicht eine Minute und haltet die Hände nach oben wenn möglich und erwartet eine Ausgießung vom Himmel wenn dein Nachbar fallen will dann bitte halt ihn fest dass er nicht hinfällt halte ihn leite ihn dass er auf dem Stuhl sitzen kann und seit einem Moment stehen schließt eure Augen und erwartet dass vom Himmel her etwas ausgegossen wird nämlich der Geist der Prophetie ja Herr Vater Vater malusu mahana keluduzi labana hata her jeder dessen herz offen ist lasst eine Ausgießung geschehen halte deine Nachbarn es kommt die Kraft lasst ihn nicht fallen Gott hat euch verberufen wieder er beruhrt euch stark get ready get ready get ready will you hear me say one shout the name jesus when i say two shout the name jesus when i say five that's grace don't stop shouting until power comes on you bis die kraft auf dich kommt eins shouted the way like black partimeus geschrien hat jesus der man zu dem du rufst er kennt seinen namen manche werden unkontrolliert anfangen die kraft kommt und manche von euch werden die ohren öffnen ihr werdet die Heilung sauber kommen eure hände werden schwerer drei halte deine nachbarn gut fest die kraft ist am kommen Der Mann, den du gerufen hast, hat seinen Namen gehört. Keine Krankheit darf bleiben, jede Krankheit ist verschwunden im Namen Jesus. Du wirst in neuen Zungen sprechen. Ich spüre das Feuer, ich spüre die Kraft, ich spüre die Gnade, ich spüre die Herrlichkeit. Sie ist überall! Sie ist überall, es ist überall, es ist überall. Es ist überall! Es ist überall!